Bühne frei für die besten Kletterer Deutschlands. Volles Haus gestern in der Halle im Tapper-Quartier. Bouldern, eine Disziplin im Klettersport. Die Wand hoch, ohne Seil, aber mit Kraft und Technik. Das starke Teilnehmerfeld, ein Glücksfall für die Organisatoren. Wir wissen vorher nicht ganz genau, wer kommt. Ein paar Leute schreiben uns, dass sie am Start sind. Aber dass jetzt tatsächlich der aktuelle deutsche Meister, ein Europameister, Weltcup-Sieger, die aktuelle deutsche Meisterin vor Ort sind und hier alles geben, das ist einfach der Hammer. Helene Wolf ist die amtierende deutsche Meisterin, kommt aus Hamburg und hat sich im Finale der besten sechs was vorgenommen. Drei Routen, sogenannte Boulder, müssen sie und ihre Konkurrentinnen klettern. Für jede Strecke haben sie nur vier Minuten Zeit. Das Ziel, es bis nach oben schaffen. Du schaffst das, eine Hand ist dran. Wow! Für mich ist immer der erste Boulder sehr herausfordernd, weil man da irgendwie noch so sehr nervös ist und ich weiß, was einen erwartet. Aber spätestens ab dem ersten Boulder wusste ich, da draußen ist eine coole Stimmung und dann hat es einfach nur noch Spaß gemacht. Spaß haben viele Menschen beim Boulder. Die Kletterdisziplin ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Mehr als 500 Hallen gibt es mittlerweile in Deutschland. Geklettert wird entlang einer Farbe. Die Routen haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Das Finale am Abend eine besondere Herausforderung für die Routenplanerin. Die Routen im Finale sind oft gar nicht so schwer wie die schwersten Routen in der Qualifikation, aber oft komplex. Das heißt, man will schon auch Fehler provozieren oder gucken, dass die auch überlegen müssen, wie mache ich das, wie komme ich da hin, was kann ich verändern, dass ich die Route doch noch schaffe. Und das halt innerhalb von vier Minuten. Das klappt, zu sehen daran, dass es beim Olympiateilnehmer von 2021 Jan Hoyer im Finale nicht klappt. Er wird Vierter. Sieger bei den Männern Lasse von Freyer. Geneigte Wände, die viel Kraft fordern. Keine Hürde für den aktuellen deutschen Meister. Dass ich gewinnen kann auf jeden Fall, das weiß ich. Ich bin für mich stark genug, aber es war natürlich nicht klar. Ich meine, hier sind so viele starke Leute dabei gewesen heute. Deswegen war alles offen. Den Sprung nach ganz oben schafft auch Helene Wolf. An der Wand und im Ranking. Die 25-Jährige bezwingt als einzige Frau alle drei Routen im Finale. Doch das reicht ihr noch nicht. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man uns Frauen noch mehr Ballern zutrauen würde. Warum? Wir kriegen, also im Finale ging es, aber in der Quali hatten wir viele Plattenboulder, wo man langsam sich schieben muss. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man noch ein bisschen mehr Kraft und Bizeps uns zutraut. Du bist ja nicht. 1.000 Euro nimmt Helene Wolf mit nach Hause und muss zum Schluss noch ganz schnell was loswerden. Grüße an Oma und Opa